Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute endlich wieder mit Stativ. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser. Ich stelle euch heute Midnight Soul von Jennifer Ellis Jager vor. Erstmal zu den Basics. Das Buch ist Teil 2. Der Chroniken der Dämmerung ist eine Dialogie, also dementsprechend auch der Abschluss. Das Buch hat etwas über 440 Seiten, kostet in der gebundenen Ausgabe 18,99. In der Taschenbuchausgabe gibt es noch nicht. In der E-Book-Version kostet es 14,99, was ich ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer finde, weil das kaum einen Unterschied zum gebundenen Buch macht. Und ja, ich finde das einfach nicht so gut. Aber naja. Dann zum Cover. Das Cover gefällt mir besser als bei Teil 1. Ich finde die Farbgebung sehr schön. Ich finde auch das Mädchen im Vordergrund sehr schön. Ich mag weiterhin diese Tropfen irgendwie einfach nicht. Das soll halt dieser Stein der Dämmerung sein. Aber ich finde es nicht so schön. Dafür gefällt mir aber auch der Hintergrund sehr gut. Also alles in allem gefällt es mir tatsächlich besser als bei Teil 1. Worum geht es? Hier geht natürlich jetzt der Kampf um den Frieden zwischen Alben und Menschen in die letzte Runde. Wir haben im ersten Teil herausgefunden, dass es im Reich der Alben einen Verräter gibt, der halt versucht hat, den Krieg ins Menschenreich zu bringen. Und das ist ihm auch tatsächlich gelungen. Und jetzt wird eben die Grenze zum Menschenreich von den Nachtmar oder Nachtalben überrannt. Die fressen menschliche Seelen und töten halt die Menschen auch. Und die wurden dadurch, ich sag mal, erweckt, indem der Verräter Artura den Stein der Dämmerung aktiviert hat und dadurch halt Magie freigesetzt wurde. Und She-Ra ist natürlich auch eine Nachtalbe. Die ist die Protagonistin und sie ist die Einzige, die ein bisschen davon verschont geblieben ist, auch wenn sie merkt, dass der Einfluss immer größer wird. Denn sie wurde im entscheidenden Moment von ihrem Geliebten eigentlich, dem Menschenprinzen Lysander, niedergestochen. Dadurch wurde die Magie blockiert. Sie weiß aber trotzdem, dass halt die Menschen in das Albenreich kommen werden und will halt ihre Familie und die Bewohner ihrer Heimat beschützen und schlägt sich deswegen trotzdem auf die Seite von Artura. Der Menschenprinz Lysander wurde in seiner eigenen Heimat als Verräter abgestempelt und kommt jetzt an die Grenze und soll dort sterben. Ja, es kommt halt zum Kampf zwischen Menschen und Alben und das Ganze gipfelt darin, dass Lysander und She-Ra sich wieder treffen und eben ihnen klar wird, okay, wir müssen den Stein der Dämmerung finden. Andernfalls kommt es zu einem Riesenkrieg, der Menschen und Alben allesamt das Leben kosten wird. Und die beiden wollten den Krieg ja eigentlich verhindern. Dabei müssen sie eben dann ihre eigenen Differenzen ein bisschen ausräumen und entdecken dabei halt, dass hinter dem Stein der Dämmerung noch viel mehr steckt, als sie eigentlich dachten. Also alles voll Geheimnisse und Intrige. Wie hat mir das Ganze gefallen? Ich habe die Seiten sehr schnell durchgehabt. Ich habe gestern fünf Stunden gelesen und heute zwei und hatte es dann schon fertig. Das sagt, glaube ich, ziemlich viel darüber aus, wie es mir gefallen hat. Ich fand es einen ganz, ganz tollen Abschluss. Wir haben viel Action, wir haben viel Tapferkeit und Mut. Das ist immer schön. Wir haben viel Geheimnisse, die gelüftet werden. Und ja, wir haben auch ganz, ganz viele halt so innere Konflikte zwischen den Protagonisten, was mir auch sehr gut gefallen hat. An sich gefällt mir der Schreibstil auch sehr gut. Die Story ist einfach mega spannend und total aufregend. Und ich fand den Teil jetzt auch einfach einen sehr würdigen Abschluss für diese Dillogie. Tatsächlich bin ich auch mit dem Ende sehr zufrieden, auf das ihr dann selber gespannt sein könnt. Ich habe am Ende sogar vielleicht ein, zwei Tränchen verdrückt, aber okay. Und ja, ich kann nur sagen, also die Reihe ist wirklich absolut geil. Ich fand jetzt, Teil zwei hat mich nicht so umgehauen wie Teil eins, aber es war halt trotzdem mega, mega schön. Ich habe mich total gefreut. Und alles in allem würde ich den Büchern auf jeden Fall beiden auch fünf von fünf Sterne geben. Ich finde sie einfach total schön gemacht. Und man merkt halt auch richtig, dass die Autorin sich im Genre Fantasy sehr wohl fühlt. Ich habe von ihr noch ganz viele andere Bücher, unter anderem auch Märchenadaptionen, die mich auch dazu inspiriert haben, selber welche zu schreiben. Und halt auch diese Dystopie-Fantasy-Mix, Terra, den fand ich auch gut. Aber es hat mich nicht so umgehauen wie jetzt hier die Dillogie. Und ich muss halt ehrlich sagen, dass ich einfach das Gefühl habe, die Autorin fühlt sich in dem Genre einfach pudelwohl. Und das merkt man richtig beim Schreiben auch. Ja, ansonsten, genau, das Magie-System hat mir auch sehr gut gefallen. Darüber erfahren wir in diesem Teil auch etwas mehr als bei Teil eins. Und die Protagonistin merkt halt auch, dass auch hier mehr dahinter steckt, als sie am Anfang geglaubt hat. Und das hat mir alles wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es geht auch viel hier um irgendwie Rassismus und Unterdrückung. Natürlich im weitesten Sinne, sage ich mal, indem es hier um Alben und Nachtalben geht, die eben einander quasi nicht ausstehen können. Die Nachtalben wurden immer unterdrückt und so. Finde ich ein sehr passendes Thema ganz gut. Und ja, wie gesagt, ich würde die Bücher definitiv empfehlen. Einschätzen würde ich das jetzt so ruhig in die Anfangs-Fantasy. Also wenn man gerade so ein bisschen einsteigt. Es ist nicht wahnsinnig blutig, es ist nicht wahnsinnig brutal, aber auch nicht zu luschi. Und ich finde es halt auch vom Fantasy-Grad her ganz cool. Wir haben halt diese Alben und Nachtalben. Wir haben Magie, aber es ist alles nicht so total komplex und irgendwie aus dem Nichts gegriffen, sondern man hat halt wirklich das Gefühl, es ist alles sehr fundiert und gut nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist für gerade für Einsteiger wirklich sehr, sehr gut. Meiner Einschätzung nach, wie gesagt, die beste Reihe der Autorin bisher. Also wer von euch schon was von ihr gelesen hat, der sollte das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Das war es dann auch schon für heute mit Midnight Soul Chroniken der Dämmerung Teil 2 von Jennifer Alice Jager. Die Autorin hat übrigens auch einen Instagram-Account. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten habe ich natürlich auch einen eigenen Account. Da gibt es schon eine kleine Kurzrezension dazu. Generell empfehle ich euch einfach da vorbeizuschauen, weil ich da auch häufig Sachen poste, die hier für YouTube relevant sind. Wenn ihr jetzt kein Instagram habt, verpasst ihr jetzt nicht wahnsinnig was. Aber ich habe da zum Beispiel erklärt, warum ich Teil 3 der Hexenschwestern Saga nicht sofort am Erscheinungstag vorstellen konnte und sowas. Deswegen, wen es interessiert, schaut einfach da vorbei. Da halte ich euch immer auf dem neuesten Stand. Ansonsten denkt dran, den Abonnieren-Button zu klicken und die Glocke zu betätigen. Dann könnt ihr nämlich auch hier auf dem Account nichts mehr verpassen. Und ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.